Liebe Corporate Learning Community, liebe Learning Professionals, herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zu dem Thema LernbegleiterInnen-Suche im Rahmen des Mein Ziel 22 Projektes. Mein Name ist Svenja und ich bin aktives Mitglied der Corporate Learning Community und ich möchte gerne in diesem Video zwei Fragen beantworten. Wo kann ich mein Ziel teilen und wie finde ich Verbündete, die mit mir an einem Ziel gemeinsam arbeiten wollen? Ich befinde mich hier gerade auf der Webseite der Corporate Learning Community, co-learn.de. Auf der Startseite findet ihr diverse verlinkte Blogbeiträge. Wir schauen uns jetzt einmal einen Blogbeitrag besonders an, und zwar Hashtag Mein Ziel 22, eine gemeinsame Lernreise, die wir mit einer Blogparade starten. Wenn wir diesen Beitrag einmal nach unten scrollen, seht ihr in den Kommentaren sehr, sehr viele geteilte Ziele. Hier könnt ihr euch natürlich direkt austauschen, indem ihr unter die geteilten Ziele kommentiert. Um eine Frage vorwegzunehmen, natürlich könnt ihr auch alleine an einem Ziel arbeiten, aber es ist selbstverständlich auch nicht verboten, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und Lerngruppen zu bilden. Um eine Lerngruppe zu bilden, könnt ihr euch zum Beispiel hier finden, indem ihr unter die Ziele kommentiert, oder vielleicht habt ihr auch in den sozialen Medien schon Ziele von anderen Learning Professionals wahrgenommen und seid hier bereits im Austausch. Ich möchte euch nun eine weitere Möglichkeit zeigen, wie ihr Mitstreiterinnen für euer Ziel finden könnt. Und zwar ist das die wunderbare Website Peerfinder, die ich bereits hier in einem Tab geöffnet habe. So, jetzt befinde ich mich auf der Webseite web.peerfinder.app. Ich bin bereits angemeldet, deshalb seht ihr hier mein Dashboard. Von hier kann ich entweder direkt Gruppen suchen oder eine neue Gruppe starten. Da ich auf der Suche bin nach Personen, die mit mir an einem Ziel arbeiten wollen, klicke ich jetzt direkt auf Find Group. Okay, wow, hier werden mir sofort diverse Learning Circles, Lerngruppen vorgeschlagen. Ihr könnt eure Suche hier etwas einschränken, indem ihr Filteroptionen nutzt. Zum Beispiel könnt ihr nach Gruppentypen suchen, nach Sprachen, trifft sich die Gruppe virtuell oder face-to-face, oder ihr könnt hier direkt nach Tags suchen. Ein Tag springt mir hier sofort ins Auge, und zwar mein Ziel 22. Es scheint so, als hätten sich bereits vier Lerngruppen hier auf Peerfinder gefunden. Wenn ihr euch dann eine Lerngruppe etwas genauer anschauen wollt, könnt ihr dann auf diese klicken. Hier zum Beispiel stimmen die Fakten für mich absolut, denn das Thema interessiert mich, der Start ist 15.02., passt virtuell, alles super, auch noch mit dem Hashtag mein Ziel 22 versehen. Und wenn ihr dann hier raufklickt, seht ihr auch noch mal einen kleinen beschreibenden Text. Den habe ich mir bereits vorher durchgelesen, das passt für mich, und ich werde jetzt hier auf Request to join this group klicken. Dann könnt ihr noch einen kleinen Text dazu schreiben, und das war's. Probiert es einfach aus und schaut, ob ihr hier eine Lerngruppe findet, sofern ihr denn gemeinsam an einem Ziel arbeiten möchtet. Denn es ist natürlich auch absolut in Ordnung, wenn ihr ein ganz persönliches Ziel habt und euch vornimmt, ja, dieses erste Quartal, das ist mein Ziel, das werde ich eigenständig bearbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!